Sehr schön, wir haben jetzt mal einen Key gemacht und wie der Key lief, siehst du nach einem kurzen Intro, ist blutige tiefen 13er, ich bin wieder mit derselben Dings reingegangen, hab wieder dieselben Sachen geskillt, ich hatte vor ein paar Tagen ja mal den 5er Key und jetzt das ganze im 13er mit derselben Skillung lief auch eigentlich ganz flawless, also nach einem kurzen Intro geht's los, cooles Video, schau's dir an, bis gleich. Sehr schön, dann brauchen wir mal einen Hochschlaggen hier, Leute, so viel Aura habe ich, ja. Mach doch einfach mal an da. Ja. Fangen wir mal an hier, hier ist gut, tötet das, was da ist, muss weg. Tötet was tötet. Ja, immer schön drauf da. Geht dran, plappen, ne? Ja. Haben wir ein Venture dabei? Hm, negativ. Pass auf. Kein Venture, okay, keine Dings. In advance, passt aber auch. Okay, sie macht auch mal mehr damage da, was da los ist. Gebt mir Mühe. Läuft doch. Weg machen die Gruppe, hier. Links Gruppe. Gebt mir den Deckel mit ab? Ne, ich glaube, das ging auch mal der Dings. Die mag ich gar nicht, ne? Mit ihren Chaves Fallen, ne? Na. Geht aber noch. Geht mal die Hammer mal ausprobieren hier in dem richtig hohen Key. In der Szene war das schon ganz gut, eigentlich. Achtung. Der erste ist da drin in dem Raum, ne? Ich bin ein Törner, wenn ich vorher was an ihnen vorbeigelaufen bin. Der Schurke hatte noch ein bisschen gemotzt da mit mir. Mit Brille wäre das nicht passiert. Ja, hör mir auch, ey. Alter, es ist kurz wichtig, ich halte jetzt hier schon. Jetzt kann ich auch, ich war ja drei Wochen, konnte ich nicht meine F1, F2, F3 Tasten benutzen, weil ich spielen, ne? Jetzt kann ich es endlich wieder benutzen. Sonst habe ich mich immer im Discord gemutet. Das ist total doof. Okay. Ja, ich spiele ja auf dem Gaming-PC gerade, nicht auf dem Streaming-PC. Ich hatte ja nur den Streaming-PC, ne? Ach so. Da war das dann immer. So, und das Discord ist im... auf dem Streaming-PC. Läuft das. Läuft gar nicht auf dem Gaming-Rechner. Ich glaube, ich stand zu weit weg. Du hast ihn überlebt. Gut. Dann musst du aber sterben hier. So, ich habe dir die Heilung gegeben. Ich sterben, Magier. Ja, aber das sieht doch schon besser aus. Handmal des Champions, Stacheln sind auf der Besserung sprechbar. Handmal des Champions, wurde mir gestern gesagt. Ja, kann man nehmen. Ja, im Tyrannisch ist es, glaube ich, sinnvoll. Ja. Aber ich habe jetzt die Dings genommen, damit wir schneller durch die Mobs-Gruppen durchkommen. Das ist mir ein bisschen... Lieber. Den Boss muss ich ja nur dastehen und aushalten. Technisch geht sich das auch. Ein Laufsdinger sein Krieger, jawohl. Cool. Ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich der Jäger da hinschreiben bei mir, ne? Von meinem Jäger, von meinem Jäger, habe ich den Fraunardin stehen. Oh. Cool. Das ist aber auch raus, sehe ich geil. BfH wollte ich unbedingt immer die mit einander spielen. Wieso war ich schon ein bisschen neidisch auf den Schaden, den ich so gedrückt habe. Ja, ich habe den erst richtig in diesem Älteren für mich entdeckt. Ja. Er ist aber auch cool. Das ist eine garne Klasse. Auch die ganzen Support-Fähigkeiten finde ich mega gut. Dafür ist es nur so, ne? Das ist wie, würde ich mir gewalzt. Ja, da sollte es jetzt mal gucken gehen. Ja, das hat sich ja ging ja jetzt auch. Zuma fehlt mir. Ah, nee, hat hier läuft es sogar schon. Hm. Okay. Eine weggemacht. Eine kommt von hinten noch, die nehme ich jetzt so. Oh. Für sie. Und da steht es schon heftig, von so einem Trainer vorhin in Turner. Jetzt ein Dreizehner hier. Ja. Eine Kugel. Eine Kugel. Ja. Ja. Das ist lange wert, ist endlich tot, ne? Reicht. Reichter. Mach zu. Ja, stehe schon hinten. Alles gut. Das ist eine müde Angewohnheit, das noch mal zu sagen. Alle Totti. Alle den Bruder auch. Gut, ich spiele mit einer Hand. Boah. Schön. Yes, Seth. Ja, aber guck mal, ich stehe auf Platz zwei. Super. Ja. Aus. Ach. Oh. Das ist genau das, was ich wollte. Ja, das ist doch okay. Wir haben Platz vier stehen. Ja, gut, am Ende des Tages, ne? Hauptsache, wir spielen die Mechanik hier und das ist alles gut. Ja. Ja, gut, aber ich war halt selber sehr erschrocken über meinen Schaden. Und hab mir schon gedacht, irgendwas kann da nicht stimmen, du warst schon besser. Ja. Ja, gut, das sollte natürlich immer das Bestreben sein, den so viel Schaden wie möglich zu machen. Ja. Ja, aber wenn du dann halt feststellst, mmh, mir den Gear stimmt was nicht. Ne, das ist doof, wenn die Waffe nicht passt. Es war leider Gottes nicht nur die Waffe, es waren insgesamt vier Items. Ja, dann ist das ungewöhnlich. In BVA bin ich auch im Arzt-Tudo unterwegs gewesen und Legion eigentlich auch schon. Auch ich hab das schon geschafft und bin mit der alten Gilde hier als Tank gegangen und hab noch Angel und hier den legendären Rücken angehabt vom letzten Add-On. Ja, so. Ups. Das geht im letzten Add-On war auch ganz schön krass, weil wir sind sonst was. Und den Halt, genau. Äh, Lisa? Ja. Bist du dich mal umgedrückt? Wieso? Naja, danke. Da war ja was. Ich hab dich immer wieder, ey. Leider hinweist auf Rande. Ja, und 890 Katzen vor der Dose. Die muss auch mitgenommen werden. Jetzt raus, hier. Denk es und, ne? Ja, ne, ne, ne. Rücken zu den Händen gucken, ne? Immer hart am Gas. Das müsste man eigentlich mal machen, in einem Zehner Key mal gar keine von den Dingern mitnehmen. Wird sich werden, wenn man ein Garten hat. Ja, das wollte ich auch mal probieren. Das wäre bestimmt ganz lustig. Ich weiß gar nicht, ob man den Boss da noch knacken könnte. Mit genug Damage garantiert. Ja, gut, aber da musst du ja schon, sonst wie viel Damage bauen, ne? Darf ich jetzt auch mal kratzen hier? Ja, kaste doch einfach mal jetzt. Ich sehe ständig auf den komischen Tier unter mich. Da muss man sowieso gleich weglaufen, da. Jetzt. Vorzugsweise. Ich bin schon weg. Ja, fette Padler, die ne bleiben halt vorne stehen. Äh, das funktioniert mit fetten Bärchen genauso. Ja. Die bleiben da aufstehen. Läuft doch. Ne, ne, hör auf zu casten. Ach, ein Caster. Drüben. Ach so, scheiße. Ja, jetzt kommen ja die zwei Gründe. Ach, komm, 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 komm. Der Dicke wird dazukommen, es ist aber auch egal eigentlich. Bis dahin haben wir sie down. Ja, das werden wir gleich sehen. Ja, er holt sich Zigaretten dahin. Das ist doch alles grün. Was habe ich gesagt? Ostwart grün. Ostwart super grün. Ja, das mit dem grün, das ist gut. Fünfte, fünfte Element. Muss ich mal überlegen, was war denn da bitte mit grün? Diesen, ähm... Ach so, ja, diese... Medienfutzi. Diese Morgorg. Ja, stimmt, dieser, der nervige, ne? Ja, der mit den Fisch. Der richtig, richtig nervige ist das, ja. Äh, der war klasse. Ich sag nur eins, Multipass. Äh, Multipass. Äh, mal gut. Äh, Mila ist schon klasse gewesen für den Film. Die, auf jeden Fall Klasse. Egal in welchem Film. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? Äh, nein. Da siehst du, war alles tot, wenn wir weiter machen. Keine Diskussionsvorlage da. Ja. Ach, scheiße. Fuck, ups. Du hast du gemacht. Ja, Anne geholt, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, das war keine Absicht, scheiße. Aua. Und das tat weh. Ja, das war mein Fail. Weiter spielen, releasen, herkommen. Scheiße, der Heider ist tot. Du siehst, das müssen wir machen jetzt. Fuck, das war mein Fail. Shit. Geh schon in die Fläche rein, hier. Mach was gezündet. Gebt mir eine Handauflegung, damit wir noch länger stehen hier. Hab' aber auch weh getan. Ja, ja, das war mein Fehler, jetzt. Scheiße, da hab' ich nicht dran gedacht. Alles gut. Ah, hab' ich nicht dran gedacht. Aber Palace never die. Wer sie. Ach, du bist jetzt auch weg, ne? Ich bin schon sechs. Ich bin kurz zurück zurück. Na, auf jetzt. Mach doch nicht so scheiße, oder was? Ich mach's nächste Inferno. Ja, du, ich spiel mit denen hier noch. Mann, alter, ich hab keine Snickers in der Tasche geweck. Kannst du in Not, kann ich auch noch Gottes Schild benutzen, aber dann seid ihr tot. Äh, ja. Das ist so ein bisschen doof. Ja, das war mein Fehler. Das ist gut, aber geht doch. Was wir noch mit der Gruppe hier machen. Easy, oder was? Oh, ich verstehe das Problem. Das ist auch. Das hätte ja auch der Bau. Weil uns regnet schon wieder junge Hunde. Alle werden mal. Das ist das zweite Mal. Das zweite Mal heute schon. Und heute Nacht hat's hier ganz übelst gerumst. Da hab sogar ich Angst um meinen PC gehabt. Ja? Ach krass. Hör auf. Zweimal. Zweimal hat's richtig gescheppert. Am zweiten Mal hab ich nur noch alt F4 bei WoW gedrückt. Discord gesagt, Leute, ich hab ungewöhnter, ich bin weg. Möchte ich dir schon mal die Geschichte erzählen? Oh, da fällt was in der Küche. Wenn ich im Kampf will, Gegner, wenn ihr Gesundheit habt, Vielseitigkeit und Kampf will. Stumpf, mehr Kulpa. Maxima, mehr Kulpa. Ja. Ich hab noch keine Zeit, jetzt. Komm mal mit. Aber ich bin nicht gestorben, das ist schon mal gut. Genau, ohne Heiler. Worauf ich hinaus wollte, war die Geschichte mit dem Gewitter, wo du jetzt gerade vom Gewitter sprichst. Da hab ich nämlich tatsächlich auch mal so eine Situation gehabt. Da hab ich, boah, da hab ich mich erschrocken, alter Schwede, das sag ich dir. Und zwar, das war so nachts, wie es immer so ist, nachts um halb drei. Und ohne Scheiß, das war wirklich um halb drei. Der Mates schnippelt gleich ab. Ja, es war dunkel, Gewitter, direkt über dem Ort, wo ich gewohnt habe, ne? Und ich bin, ich geh da nochmal raus, guck mir gerne auch Gewitter an und mag das halt einfach. Denn jetzt stand ich da an der Hauswand auf unserer Einfahrt, Auffahrt, wie auch immer. Und dann hat das einfach richtig krass geblitzt und direkt während des Blitzes so fast gedonnert, ne? Und richtig laut. Und da bin ich auch wirklich mit dem Arsch an die Wand gesprungen. Das war echt hardcore. Das war richtig böse. Das Ekligste, was ich mal mit dem Gewitter hatte, war, dass ich nach dem Gewitter einen Computer hatte. Nee, das ist kacke. Überspannung. Ich habe die Chance nicht gehalten, oder? Nee, wir haben die Chance nicht gehalten. Soviel ich weiß. Das war noch unter 2000 vom Jahr. Also irgendwie 1997 oder so. 98. Das ist ja im letzten Jahrtausend. Ja, ja, genau, im letzten Jahrtausend. Und ich bin dann irgendwann, bin abends noch weg gewesen, morgens bin ich nach Hause gekommen. Und damals habe ich für MP3 umwandeln noch stundenlang gebraucht. Und ich habe mir gedacht, um 5 Uhr morgens, habe ich mir gedacht, okay, machst du den Computer noch an und lässt doch eben eine CD umwandeln. Dann ist die morgen früh fertig, wenn du aufstehst. Ja. Legt mich ins Bett und auf einmal rumst das und knallt das. Und ich denke, Alter, was ist denn jetzt los? Ja. Naja, okay, alles in Ordnung. Ein paar Sekunden später denke ich nur so, warum macht mein Computer so komische Geräusche? Ja. Da hat die Festplatte, ist dann am Rotieren gewesen, da ging dann gar nichts mehr. Nee, dann ist es vorbei. Die komplette Computer hat es verfetzt. Scheiße. Weil der war über ein internes Modem damals am Telefon angeschlossen. Und unsere Telefondose, also es ist im Nachbarhaus, ist der Blitz eingeschlagen und bei uns in der Wohnung hat es die Telefondose einmal über den Flur gefegt. Ja, und das hat der Computer halt nicht mitgemacht, ne? Nee, natürlich nicht, da ist es vorbei. Aber alles, alles. Computer, Monitor war durch, mein Fernseher war hinüber, alles. Heftig. Ja, das ist übel. Ja. Ja, und das war dann auch noch genau der Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin und dann über die Eltern, die Versicherung, ne? Das war dann blöd. Ja, das ist so blöd, ja, das stimmt. So, jetzt kommen wir gleich zum Lieblingsbrot hier, ne? Oh, ja. Ich gehe mal weiter nach hinten. Bei den Gruppen schlechter, man nennt ihn auch so. So, jetzt muss ich mal kurz warten. Nach der Mana. Ja, es ist so, nee, geht los. Blok. Bringt das immer dort aneinander, ne? Jetzt müssen wir wieder nach links. Ich bringe mal noch kurz was und verschluckt sich total. Ne, das ist blöd. Das ist ungewöhnlich. Manifestation. Tötet Manni. Manni muss weg. Manni ist weg. Rüber. Rüber. Wieder zurück. Ist aber kurz der Abstand gewesen, aber der erste ist immer scheiße. Gestern hatten wir einen kürzeren Abstand. Beim ersten Mal. Da war noch gar kein Abstand jetzt gerade. Rüber. Rüber. Manni. Also ich bleibe am Leben. Rüber. Komm, die Manifestation muss sterben. Gott. Gehen wir da zurück. Und dann hat das gesagt. Rüber. Gleich Spazi. Komm, wieder rüber. Gerade schwer mitgucken. Cool. So, jetzt habe ich den Faden verloren. So, ich stehe richtig, ne? Rechte Seite. Ja. Ja, ja, ja. Fast Manifestation. Rüber. Ja. Ist noch nicht durch, ne? Nee, kommt gerade. Nee. Ist mal ein Flug. Wir müssen zurück. Rüber. Rüber wieder. Rüber. Sehr gut. Nö. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber sehr geil. Wir brauchen noch 1,38%. Okay. Was brauchen wir? Die Mage hat gepostet. Wir brauchen noch 1,38%. Ja, dann nehmen wir die Gruppe hier hinten. Ja. Ja. Na, das für eine Seite oder nicht. Ja, RRM plus. Das scheine eine Weakauer zu sein. Und die hier raus. Wirst du ja noch reichen, oder nicht? 1,38%. Das ist eine komische Prozentzahl. Ja, wahrscheinlich genauer als das, was wir halt angezeigt kriegen. Wir kriegen halt 1% angezeigt. Nee, du kriegst ja auch die,2%. Das ist natürlich angezeigt, aber das ist ja, das ist ja nicht schlecht. Aber eher wie Gaurer, RRM plus. Okay, check. Und er hat nicht viel gebracht. Er reicht, glaube ich, aber nicht, oder? Nee, er reicht nicht. Ich reiche jetzt, oder reicht nicht. Fertig? Was? Dann runter. Cool. Das ist man ein bisschen raus. Man nähert mich auch. Ich denke an, längst ist wieder ein Miniboss. Links? Ach da. Ja. Da ist Lord Frosty. Genau. Hier, du, Alter, Bo-Frost. Bo-Frost, Junge. Komm her, jetzt hier. Ich will Knusmer-Schnitte haben, Junge. Aber man kann keine Scheich-Werbung. Bo-Frost. Ach, Quark. und was ist immer beim stream natürlich bofrost verstehen dann nehme den mit der lieferte es ist eigentlich als paladin ist das arsch ich wenn du diesen segen der freiheit eiskunstläufer weg das war knapp meine liebe das heißt nicht mehr frost wollen das heißt ab sofort immer frost eulen und dann wollen ja dann müssen die anders post da ist wir alle da gibt es überhaupt noch froster ich weiß es gar nicht da muss aber auch noch eismann ja stimmt den kann ich auch noch den eis mann wo froster eismann und wir haben sie alle irgendwann mal ja ob es weiter mag die gar nicht ist so aggressiv hier die tut mir ganz schön weh ja muss ja immer so ein paar kugeln einsäulen ja und mir werden die kugel weg genommen ja dann benutzen wir fcd erst mal passt ein achtung ich habe nur eine einzige abgekriegt gehabt ich lasse gleich aus scheiße ich habe keine drei nein jetzt nehmen wir doch nicht aber richtig vor der nase ja alles halb so schlimm ich sterben hatte ja noch fünf minuten ja ja kann man schon mal ein pop nehmen hier gibt es der vorherrschaft und wieder mir gleich auch mit der madame wie oft habe ich dir gesagt dass das schloss aufräumen an den schönen ein auf mir da sind nicht zu legen gesagt ich mag dich nicht machen wir nicht so dass sie das ist ja nicht gesagt aber sagt ich soll def cds benutzen wenn alles cool oder auch eine hand setzt sich ja das ist doch perfekt läuft naja geht ist nicht so schlimm sagen wir mal ein schild der rechtschaffenden ab ist es alles gut weg von anderen ja und der wieder haben wir jetzt proxion also ein stacheln ist auch eisen stacheln gehen doch aber das ist schon von dings her mache ich relativ wenig der mensch bei post falls oder diese woche ist irgendwie nicht so gut bin ich ja und ich mache in gruppen aktuell ziemlich wenig weil ich immer mit auf single gesetzungen und aber da musst du für beide varianten ja da gucke ich gleich noch dass ich das noch um ändern kann ich brauche nur ein talent abändern ja gut ja aber es geht es ich weiß jetzt nicht keine ahnung muss ich gucken das ist natürlich auch wenn die mage jetzt gerade 12 kdbs fährt das auch schon ne aber es ist auch ne trashgruppe ja jetzt kommt die spaßgruppe wir hätten auch skippen können ne die skippen wir nicht die nehmen wir mit ja sagt ihr ja nur hätten ja gut aber das erreicht ja von den prozenten her nicht ich kenne das immer dass du die typisch hier mitnimmst ok also ich nehme dir immer mit ja du kannst vorne am anfang ein bisschen was wegräumen vorher würde gehen und die dann aber nee nee halt stopp also das haben wir glaube ich schon mal probiert die zu skippen das geht gar nicht das geht das habe ich mit jens die tage gemacht mit schurken oder mit mage wie schocken kannst du auch in westpots ja genau ja ja aber ich meine wir hatten das mal mit dem schurken probiert und da ging das nicht mit denen ok ja aber dann ist mit mädchen auch erst recht geben weil der nämlich quasi einen in diese andere phase rein schiebt alles so grau wird ja die müsste auch funktionieren ja gut aber das ist ja jetzt problematisch für ihn ist halt ja das einfachste ne schleichen ftw du hast mich noch nicht mal irgendwelche matze alter schleicher hast du so so ich bin in berlin alle da alle da ne alle da alle da alle da wir haben immer noch kein Ventur ne nee du ich glaube das wird sich auch nicht mehr ändern ne ich glaube auch nicht nur klar ne ach auch die bildschweck long so da ich ja auf single bin bleibe ich mal auf dem dicken ja aber sie müsste doch hier sowieso weg gehen ja mit 90% ja genau jetzt und dann gehen wir ein weiter her ja nur bevor ich jetzt den schaden in den adgruppen mache habt ihr die längst da ja gut jetzt kannst du ja sowieso damit ja jetzt klar aber wenn wenn der general da ist also die kombination weihe und hämmer gefällt mir schon recht gut muss ich sagen ach ja wir müssen ja hier auch gucken dass wir nicht abnehmen ja ne 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 bösehunde bösehunde ey bösehunde ey so viel gebaut sie und man lieber schon mal in der nähe weil gleich macht das nämlich garantiert wenn man großen weg zu gehen ist das einfach sein ist halt mies hier ne mit dem platzen dass sie hier alles zu schnell weg geht ist das ist auch gar nicht ja so haut gleich wieder ab bei 80 ja ja das war perfektes timing hat genau gepasst und brauche ich das auch nicht darum in das schild ja höh er gerade angefangen war mhm jaja aber sie ist jetzt dahinten in einer anderen gruppe ja ey die sind immer doof mitzunehmen geben aber keine stext die nicht das wäre es jetzt auch wenn die stext mein lieblings ziel als siehst du so derbe der menschmeter ja klar bleibt ja nicht aus ja man kann damit leben ich weiß ja warum selbst wenn der damage gut ist habe ich das schon so oft erlebt dass kies nicht geklappt haben weil die die mechanik nicht spielen die sollte dann gut funktionieren weil jetzt haben wir es eher so von daher richtig ja wird halt nur jetzt nervig vom timing sollte das auch noch sehr gut ich glaube ich trau jetzt mal eine das war mies den ich nicht gesehen habe weil genau in dem moment auch noch was darunter die flächen kam das war mal in die luft und wieder in die roni war jetzt ja das ist eroni toni wie eine dicke fette kampfrolle ja da waren auch vulkane ihr hat drei stück auf mich ja danke das gesehen das war eine feule eine feuer heute und er hat perfekt prozentvoll genau mit dem letzten mob alle rein in anderen drinnen schon ja ich fange schon an also ich sage sie portet sich zur tür ja das hat ganz gestern auch gesagt ja glaube ich wohl das habe ich auch in den firmen ja oder wieder angreifen auf mich ist in ordnung jetzt in einer sekunde das war knapp fünf kilometer klar fünf stunden zeit aufpassen kriegst du mal ein auf die nuss hier ja zehn prozent zu kommen und wollen sie den nutzer mitnehmen oder zum abholen ich nehme den gleich mit mit schicken nimmst du zwei kräfte des gratis das wird eng mit fünf minuten da bist du wohl still nicht jengsten ich habe schon pferde kotzen sehen das mitten vor rat apotheker ja 3,4 prozent hat sein bier 3,4 prozent hat sein bier ja auch ich habe eine heilung jetzt oder dann eben halt so für sie alles gut hätte browser hier das wäre es jetzt gewesen bei einem prozent das 1 13 37 als wertung jawohl genau so muss das sein da ist sogar ein tugendhafter befeberin mega und handgelenke und nicht gut oder nein ich habe schon 246 das erste lila da sind 230 noch mal eben schnell gefragt ob er mir die postet das wäre cool dann habe ich die wegauer nämlich auch und auf der befehl urteil des templars klinge der gerechtigkeit und der geld da ganz gut genau die wegau genau von dem malz sehr cool falls du kein video mehr verpassen möchtest einfach da oben den kanal abonnieren coole sache draufdrücken glocke aktivieren dann kriegst du immer wieder ein neues video was ich hochgeladen habe und auf der seite siehst du einen neuen video vorschlag und auf der seite da drüben habe ich alle videos in einer praktischen playlist zusammengefasst schaust dir einfach mal an ich würde mich darüber sehr freuen schaust dir einfach mal an toschön Vielen Dank.